Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gesprochen von Wolfgang. Bitte prüfe mit Herz und Verstand den Wahrheitsgehalt selbst. Ein Probelauf für den Shift Der neunchdimensionale Arktorianische Rat am 17.01.2019 durch Daniel Scranton Übersetzt von Wolfgang Zeit gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir prüfen die Möglichkeit für eine Reihe von größeren Änderungen, die in den nächsten Monaten Eurer Zeit auftreten können. Diese Möglichkeit wird die Veröffentlichung einer enormen Menge an Informationen beinhalten und diese Informationen werden sich langfristig positiv auf die Menschheit auswirken. Aber kurzfristig kann es aufgrund dieser Informationsfreigabe zu einigen Meinungsverschiedenheiten kommen. Jetzt werden natürlich viele von Euch, die diese Übertragung erhalten, davon nicht überrascht sein, dass das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Aber diejenigen, die überrascht und sogar entsetzt sein werden, werden sich austoben wollen. Sie werden Traumata aus anderen Lebensbereichen neu erleben und sie werden nicht unbedingt wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollen. Das ist dann, wo Ihr alle als diejenigen ins Spiel kommt, die Zeit hatten, viele verschiedene Informationen aufzunehmen, die Ihr im Laufe der Jahre als Ergebnis des Erwachens erhalten habt. Ihr habt zweifellos viele verschiedene Perspektiven zu den Themen Außerirdische, Schattenregierungen, Verschwörungen, Vertuschungen und all die anderen Dinge verfolgt. Ihr wart in der Lage, mit dem, was dort auf der Erde vor sich ging, eine ganze Weile zu verarbeiten und Frieden zu schließen. Wenn Ihr Euch also in Bezug auf das, was Ihr darüber wisst, was wirklich hinter den Kulissen vor sich geht, stabilisiert, sorgt Ihr für diese Stabilität für den Rest des Kollektivs. Und alles, was Du tust und all die Unterstützung, die Du gibst, wird ein wunderbarer Probelauf für den Schiff sein. Wir sind der Arktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich. Und bei der Übersetzung habe ich es bei Shift belassen. Denn Wandel trifft es nicht ganz und Event auch nicht. Also wird es wohl irgendetwas dazwischen sein. Ein Probelauf. Allerdings, wenn die Wahrheit mal draußen ist, möchte ich wissen, wie Sie das korrigieren wollen. Liebe Grüße, Euer Wolfgang